Wir hatten in der Schule ein Projekt mit Sukuma Arts e.V. Und in dem haben wir uns mit nachhaltigen Klamotten beschäftigt. Und dieses Projekt haben wir jetzt fortgeführt. Und Charlotte hat sich für uns mit dem Thema weiterhin befasst. Ich hatte in der ganzen Zeit sehr viel Spaß. Und vor allem auch, weil ich es sehr wichtig finde, dass man über das Thema Bescheid weiß. Als erstes haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was alles zu dem Thema nachhaltige Klamotten gehört. Zu dem Thema gehört unserer Meinung nach, dass man sich zuerst bewusst wird, wie viele Sachen man in seinem Kleiderschrank hat. Und ja. Ich bin zu einem Laden gegangen und habe die Birze zurückgefragt, wie ihre Sachen hergestellt werden. Und danach hat Charlotte sich am Upcycling versucht. Ich habe geschätzt, wie viele Kleidungsstücke ich habe. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht so 70 bis 80 Klamotten. Aber nein, ich habe über 90. Nein, manches hat sich auch noch gar nicht an. Ich kaufe nicht pro Monat ein, sondern immer dann, wenn ich etwas brauche. Und alle paar Jahre kaufe ich mir eine Grundausstattung von Kleidern. Ich habe relativ viele Secondhand-Klamotten. Die meisten habe ich von meinen Freundinnen geschenkt bekommen oder von Verwandten. Ich würde so sagen, anderthalb bis zwei Jahre. Also ich behalte sie schon wirklich lange. Wir haben hier einen Stadtplan. Charlotte und Julie waren, wie man hier sehen kann, in der äußeren Neustadt. Und zwar in drei Läden und haben die Verkäufer nach der Nachhaltigkeit der Sachen gefragt. Zuerst waren sie im Laden Doppellote. Die wichtigen Dinge zu diesem Laden sind vor allem, dass die Sachen aus 70% biologisch abgebauten Stoffe hergestellt werden und in Portugal hergestellt werden. Danach waren sie bei ihren Stings-Family. Das ist hier. Da ist vor allem wichtig, was man vielleicht auch nicht gedacht hätte, dass sie keine Kinderarbeit benutzen. Und als drittes waren sie im Uni Polarraden und dazu gibt es jetzt ein Interview. Also was ist denn das Besondere an Ihrem Uni Polarr-Shop? Genau, wir sind der Uni Polarr-Laden aus Dresden. Und das Besondere an unserem Laden ist, dass wir Bio-Fat-Trade-T-Shirts und Langarm-Shirts, Jopping-Hosen und andere schöne Klamotten verkaufen, die wir selber betrücken zum Teil, mit Motiven, die wir selber entworfen haben. Zum Beispiel habe ich hier ein Kunst-T-Shirt mit dem Farbkreis. Wir haben auch noch T-Shirts zum Thema Biologie, Mathematik, Geschichte. Genau, unsere Sachen sind alle nachhaltig und fair produziert. Das bedeutet, die sind von der GOTS und der Fair Wear Foundation, das sind die größten Labels, die es weltweit gibt, zertifiziert. Okay. Wie werden denn Ihre Sachen genau hergestellt? Genau, unsere Kleidung ist hauptsächlich aus 100% Bio-Baumwolle. Und wir haben auch noch Kleidungsstücke aus 100% Eukalyptusfasern und Buchefasern. Und die Kleidung wird in Bangladesch produziert, trotz alledessen. Es gibt in Bangladesch einige Fabriken, die streng zertifiziert sind und in denen sauber gearbeitet wird. Und in einer Fabrik lassen wir quasi produzieren. Okay. Wissen Sie, wie viel die Arbeiter haben nun bekommen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber die Fair Wear Foundation, die ist quasi dafür verantwortlich, dass diese Richtlinien eingehalten werden. Weil es geht ja nicht nur um den Verdienst, was die bekommen, sondern es geht ja auch um Sozialversicherung, um Krankenversicherung. Es geht um soziale Projekte, die halt auch gefördert werden müssen. Oder dass die Arbeiter sich versammeln dürfen und auch eine Gewerkschaft bilden dürfen. Dafür setze ich die Fair Wear Foundation ein. Okay, Dankeschön für das Interesse. Das ist geil. Vielen Dank. Ich habe mich an einem Do-it-yourself ausprobiert und versucht, aus einem alten T-Shirt einen Schal zu machen. Und das seht ihr jetzt. Um aus einem T-Shirt einen Schal zu machen, braucht ihr ein Lineal, einen Bleistift, eine Schere und natürlich ein T-Shirt. Als erstes zeichnet man unter den Armen einen geraden Strich, um besser schneiden zu können. Das mache ich jetzt hier. Dann nimmt man sich die Schere und schneidet den geraden Strich entlang den Pulli ab. So sollte es nun ungefähr aussehen, wenn ihr es fertig abgeschnitten habt. Wenn das ein Strick-Pulli gewesen wäre, dann müsste man die Kante noch umnähen, damit es nicht ausfranst. Da das aber bei meinem Pulli nicht der Fall ist, lasse ich es einfach. Innen ist meistens noch ein kleines Schildchen eingenäht. Dieses hier zum Beispiel. Das schneidet man einfach ab, damit es nicht blöd rausguckt oder am Hals kratzt. So sollte es dann aussehen. Wenn ihr das getan habt, ist euer Schal schon fertig. Wir haben in dieser Woche neue und interessante Dinge kennengelernt und auch für die Zukunft mitgenommen. Wir hatten sehr viel Spaß bei diesem Projekt und wir wissen jetzt zum einen, wie wichtig es ist, Klamotten zu kaufen, die nachhaltig produziert wurden. Und Klamotten aber auch selber wieder zu verwerten und selber zu machen. Wir werden in Zukunft mehr darauf achten, die Klamotten länger zu behalten und anschließend nicht in den Müll zu werfen, sondern sie einfach weiterzugeben. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch das Thema ein bisschen näher bringen und so, dass ihr euch vielleicht sogar selber ein bisschen damit beschäftigen wollt. Wir hoffen natürlich, wir haben ein bisschen näher bringen und so, dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen näher bringen. Wir hoffen, wir haben uns auch ein bisschen näher bringen. Wir hoffen, wir haben uns auch ein bisschen näher bekommen. Wir hoffen, wir haben uns auch ein bisschen näher bringen.